Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Hamburg hat sie, in Baden-Württemberg ist sie auch schon niedergeschrieben, die Engagementstrategie. Und in Berlin? Berlinerinnen und Berliner zeigen viel Engagement, besonders jetzt, wo Verwaltungen auch schon überfordert sind, um schnell und unbürokratisch auf neue Anforderungen an ein gemeinschaftliches Leben in der Stadt zu reagieren. Beispiele dafür haben wir heute in der Aktuellen Stunde zur Flüchtlingspolitik zur Genüge aufgezeigt. Und was macht nun den Antrag interessant, hier in der Priorität zu behandeln? Seit über zehn Jahren existiert das Landesnetzwerk Bürgerengagement. Es gibt Freiwilligenagenturen, Mehrgenerationenhäuser, Bürgerstiftungen, Kiet-Jurys, eine gemeinsame Unfallversicherung wurde abgeschlossen. Auch die Einrichtung und Sicherung von Nachbarschafts- und Seniorentreffs wurde erfolgreich und in wichtigen Kämpfen ausgefochten. Grundlegende Papiere, das ist vorhin schon angesprochen worden, die für eine Landesstrategie wichtig sind, gibt es schon. Zum Beispiel die Berliner Charta zum bürgerschaftlichen Engagement von 2004 und die Grundsätze und Leitprojekte zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Berlin von 2009. Das Gemeinwohl steht im Mittelpunkt von ehrenamtlicher Tätigkeit und des Engagements und es findet sich in vielen Politikfeldern wieder. Sie geht längst über die Klassiker Soziales, Kultur und Bildung hinaus und sind gerade auch in lebensgestaltenden Bereichen wie Stadtentwicklung sowie Umwelt- und Tierschutz für Verwaltung nicht immer einfach zu handeln. Und gerade da setzt die Strategie möglicherweise ja an. Nicht die altbewährten Wege, sondern neue aufschließen. Die Vielfältigkeit von ehrenamtlicher Arbeit ist schon jetzt in unzähligen Fachtagungen auch für Berlin dokumentiert. Der nächste Expertenworkshop zur Zukunft der Berliner Engagementlandschaft ist, wie schon angekündigt, im Oktober hier in der Stadt zu Hause. Meine Damen und Herren, wie wichtig es ist, die Komplexität der Verwaltungsarbeit gerecht zu werden, stellt sich besonders dann heraus, wenn es um ressortübergreifende Themen geht. Wenn dann noch eine Welle von bürgerschaftlichem Engagement koordiniert werden soll, wie in den letzten Wochen und Monaten in der Flüchtlingsarbeit, wird schnell klar, dass zwingend mehr gesamtstrategisches Denken und Handeln erforderlich ist. Und das nicht nur innerhalb des Sonates, sondern im Zusammenwirken mit den Bezirken. Dazu gibt es auch noch nichts Grundlegendes. All den Berlinerinnen und Berlinern gilt unser besondere Dank und Hochachtung, die sich in ihrem wichtigen Engagement für unser Gemeinwohl trotz der immer wieder vorhandenen Hemmnisse nicht entmutigen lassen. Meine Damen und Herren, der Antrag über die Berliner Landesstrategie zur Stärkung bürgerschaftlichen Engagements wird noch im Fachausschuss zu beraten sein. In der laufenden Haushaltsdebatte müssen die schon vorhandenen Erkenntnisse zur Stärkung des Ehrenamtes einen festen Platz erhalten. Teilhabe und Mitbestimmung brauchen neben dem Agieren auf Augenhöhe auch finanzielle Unterstützung für Organisation und Koordination. Die Linksfraktion wird darauf in den nächsten Wochen besonders achten und natürlich ist es der richtige Zeitpunkt. Danke.